Hallo meine Poké-Freunde und Poké-Lenten, willkommen zu einer neuen Folge Mutant Muts. Yeah, wir gehen heute in das zweite Level dieser Welt, oder der dritten, zweiten Welt, keine Ahnung, wir gehen da einfach rein. Und ihr habt vielleicht in der letzten Folge schon gemerkt, da sich jetzt meine Videos, dann mache ich jetzt lauter. Am Ende der letzten, zweiten Folge, habe ich vergessen, den anderen Clip da auch nochmal lauter zu machen. Scheiße, ich gehe sterben. Jetzt werde ich es aber nicht vergessen, denn ich werde jetzt auch keinen zweiten Clip mehr machen. Das war jetzt nur wegen den Framer-Brüchen. Und ich gehe jetzt auch mehr an mein Mikro dran und rede ein bisschen lauter. Yeah, 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 yeah. Keine Ahnung, ich habe voll Bock auf das Spiel die ganze Zeit. Und will nichts anderes spielen. Bam. Bam. Boah, das war knapp. Nein, nein, ouch. Ein Leben haben wir nur noch, oh ne. Los, wir schaffen das. Ach, this level. Oh ne. Bam. Ich kenne das. Das ist... Frustrierend. Genauso wie das übernächste Level. Das ist auch frustriert. Ab jetzt werden die Level nämlich auch schwer. Ich weiß, war immer noch nicht, welche Level jetzt zum Deluxe gehören und welche nicht. Das musste ich jetzt auch endlich mal herausfinden. Aber ja, wieso nicht? Und da drüben können wir noch nichts machen, weil hier brauchen wir irgendwas zum Durchkommen. Und das haben wir noch nicht. So. Ich gehe da sterben. So, da hinten. Da ist nichts. Okay, komm. Ja, das ist... Boah. Die Passage ist frustrierend. Ohne Witz. Ich finde sie richtig frustrierend. Für euch weiß ich nicht, aber ich finde es halt etwas so. Und es könnte sein, dass es jetzt die ersten Fails und die ersten Cuts gibt. Das könnte es auch sein. Ist nicht unmöglich. Jo. Übrigens, ich bin jetzt sehr oft auf Steam online. Fast jeden Tag. Fast. Und ja. Ihr könnt mich dort helfen. Nein. Das ist mir eigentlich egal. Ich add einfach irgendwie jeden. Den Minecraft, den... Wiedenwald sind alle in Elf. Obwohl ich Minecraft kaum mehr spiele, aber... Wenn, dann add ich einfach jeden. Weil... Baum. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich durfte. Okay. So, was haben wir da oben? Da können wir nicht hin. Okay. Dann gehen wir hier lang. Zack. Nein. Scheiße, scheiße. Gesterben. Nein. Wo war der Shakepoint? Wo war der Shakepoint? Nein, oder? Nein. Okay, wir sehen uns da. So. Und da bin ich wieder da. Okay. Jetzt aber. So. Autsch. Okay. Bam. Okay, komm, komm, komm. Ja, wir haben es. Okay. So. Und der könnte mich jetzt killen, aber tut es nicht. Gut. Okay, okay. Wie machen wir das? Ich würde sagen, ich gehe hier hoch und ducke. Und... Okay. Und bam. Ist er tot. Oder sie. Keine Ahnung. Es. So. 100. Alle 100 und geschafft. War gar nicht so schwierig. Gar nicht so schwierig, okay. Gut. Kann ich sagen, machen wir ein... Äh... Das geht hier in die Richtung... Also es ist schon die neue Welt. Ob wir die in der Folge durchschaffen, das bezweifle ich, weil ich... Genau deshalb. Nein, weil... Ähm... Ich kenne das Level, was danach kommt und das habe ich selbst in meinem privaten Account nicht durch. Weil das so frustrierend ist. Ohne witzig, sag's euch. Vielleicht kommt auch mein Rage. Weiß ich nicht. Ich hätte Facecap machen müssen. Egal. I go. Das Level ist nicht sooo schwer. Boah. Hier gibt es viele von diesen dummen Muts oder Muttis. Wie auch immer. Leute, der hat mich nicht getroffen. Geil. Das Einzige, was einen rettet, ist das Shade Pack. Oder das Springen. Wie auch immer. Und diese Passagen sind gemein. Denn das sind diese Hämmer. Zusammen mit dem Eis. Das ist gemein. Muss man schon sagen. Und ich kann das voll schlecht. Und im zweiten Level kommt das auch nochmal. Und das schaffe ich einfach nicht. Oh Gott. So. 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 Nass. So, okay. Da ist der Checkpoint, wie ich sehe. Zack. Nicht gehen. Jetzt können wir. Okay. Und das hier sind die lieben, ganz lieben Matzenkloze. Keine Ahnung. So. Ich darf nicht mal überlegen oder reden. Okay. Die sind die gemeinsten Gegner im ganzen Spiel. Diese. Diese Zyklopen da. Die sind bestimmt aus Zelda. Augenzyklopen. Warm. Boah. Nicht reinfallen. Genau das wollte ich nicht. Komm. Wir gehen sterben. So. Nächste Runde. Ich sag ja. So langsam wird es aber auch schwieriger. Schon die dritte Folge. Und es wird schon viel. Okay. Wir haben schon in der dritten Folge schon. Also wir haben jetzt die dritte Folge. Und wir haben bis jetzt schon ganz viele Level geschafft. Was eigentlich cool ist. Und zack. Ich hoffe. Wie. Wann jetzt? Schaffe. Ich hoffe. Wir schaffen das Level danach. Ich glaube aber nicht. Ich werde da einfach die besten. Besten Versuche. Und Outtakes halt reinschneiden. Und jo. Guck mal her. So. Das ist eine schwer. Okay. So. Nein. Spring doch richtig, Mann. Nicht so dumm. Gott. Jetzt geh. Verpiss dich. So. Bam. Nein. Nein. Jetzt muss ich das Ganze neu machen. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So. Da bin ich hier wieder. Noch fünf Minuten. Bam. So. Geh weg. Jetzt hier nicht verkacken. Okay. Ich hab's noch. Ist jetzt im Vordergrund. Ich glaub schon. Okay. Zack. Der ist weg. Okay. Komm. Bam. Bam. Das sind mal eine wirklich. mal einen richtigen Hassgegner. Merkt euch das. Diese Zyklopen. Diese Augen Zyklopen aus Zelda. Keine Ahnung. Meine Hassgegner. Es gibt keinen einzigen schlimmeren Gegner als die. Obwohl. Die Hammer. Nee. Die sind nicht. Die sind fies. Aber nicht schlimm. Aber dafür haben wir es geschafft. Cool. So. Und jetzt. cool. 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 So. Nach den nächsten Cuts. Ich muss wirklich Cuts machen. Weil momentan habe ich sehr wenig Platz. Wird sich demnächst ändern. Gehen wir einfach mal hier rein. In das schlimme Level. Das habe ich so oft gespielt. Ich kenne es schon auswendig. Naja. Bis zur Hälfte. Weiter kam ich einfach nie. So. Und ich kenne ja auch die Tricks. Je nachdem. Deshalb. Ne. Und das Level handelt. Fast nur. Also wirklich fast nur. Nach. Äh. Von den. Zyklopen hier. Oh. Ich stelle mich gerade nicht so dumm an. Wie sonst immer. Cool. Und jetzt play halt. Ne. Ah. Nein. Aber zum Glück habe ich kein Leben verloren. Sonst verliere ich dir nämlich immer ein Leben. Oh. Dann habe ich mich ja gebessert. So. Aber hier ist schlimm. Okay. Dann kann man hier. Zack. Hoch. Okay. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich kann jetzt nicht so viel reden. Okay. Hoch. Weiter gehen. Okay. Jetzt haben wir alle drei Leben. Und sind in dieser Passage. Diese Hammer. Ihr könnt schon denken, wieso ich das hasse. Oh mein Gott. Ich bin schon fast da, wo ich sonst immer geschafft habe. Bis hin geschafft habe. War nicht. Okay. Da will ich hin. Da sind bestimmt. Das ist vielleicht so ein. Oh Gott. Hab dieses. Alter. Das war knapp. Das war knapp. Okay. So. Hat ein schöner Bonusraum. War sehr schön. Obwohl mir der keine Leben gebracht hat. Aber irgendwas. Checkpoint. Ja. Das habe ich doch nie erreicht. Leute. Jetzt im Let's Play schaffe ich es so da wie. Aber natürlich nur im Let's Play. Das muss man sich auch überlegen. Oh toll. Da können wir jetzt noch nicht hin. Oh Gott. Ich bin so froh, dass ich das wenigstens im Let's Play jetzt nicht mehr so ausraste hier. So normal. Ich raste ich das richtig aus, weil ich das richtig. Schlecht drin bin und sowas. Oh Gott. Saft. Okay. Wollang? Hinten oder vorne? Häh. Vorne. Äh. Ja. Vorne. Ich würde sagen vorne. Ich hoffe, weil das ist jetzt so optional. Und nicht ein Muss. Weil das möchte ich nicht. Ich möchte aber auch erstmal den optionalen Weg. Scheiße. Ich habe mich da überhaupt nicht getraut, mich zu bewegen. Okay. Sieht gut. Oh. Das ist Ende. Das ist jetzt schwer. Ich würde sagen, ich töte die erstmal. Ohne zu sterben jetzt. Komm. Das schaffe ich. Den da oben jetzt auch mal erstmal. Und dann hole ich mir die ganzen Münzen. Und dann gehe ich wieder hoch und dann... Oh Gott. Habe ich jetzt voll Angst gehabt. Okay. Okay. Nah. You don't. You don't kill me. You don't kill me. Okay. Komm. Hau ab. Mein Guder. Mein Böser. Böse. 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 Das Bödes. Böses im Busch. Oh Gott. Yeah. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Aber warum? Als ob. Wir können jetzt wirklich nicht das hier schaffen, nur weil wir das Dings nicht haben, was wir noch nicht haben können. Zu dem Zeitpunkt. Und ist das euer Ernst? Ach, die wollen bestimmt, dass ich dieses ganz schwierige Level dann nochmal mache. Ja, die Entwickler, die kann es lieben. Aber ich habe eh irgendwas vergessen zu holen. Deshalb, egal, wir schaffen es. Wir haben es geschafft. Ich habe es in meinem normalen Privat, habe ich es nicht geschafft. So, jetzt könnten wir eigentlich hier das kaufen. Aber, ja. Ich konnte nicht alles sammeln, von daher. So. Dann gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir mal hier lang.